Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem YouTube Kanal. Ich möchte heute ein Video zeigen über das Aufräumen der Speicherplätze bzw. des Systemlaufwerks. Unter Windows 10 ist da nämlich eine Funktion integriert, die jetzt offensichtlich woanders hingewandert ist. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht. Ich schaue mal, dass ich das Video oben rechts in der Infobox verlinken kann. Einfach im Zweifelsfall den Mauszeiger oben rechts ins Video packen, da ist ein i welches auftaucht und dann einmal draufklicken, dann seht ihr das schon. Gut, kommen wir zum Thema. Also ich gehe in die Systemsteuerung. Normalerweise würde ich euch ja dann die Tastenkombinationen empfehlen, Windows-Taste und i. Ich zeige euch aber heute wieder mit der Maus, wie man da hinkommt, damit ihr seht, was ich mache. Ihr seht es ja nicht, wenn ich eine Tastenkombination drücke, wie gesagt, im Zweifelsfall bei die Windows-Taste und i, dann seid ihr auch an dieser Stelle. Anschließend geht ihr in das System, dann geht ihr auf den Speicher und jetzt gibt es einen kleinen Trick, um den ganzen Speicher aufzuräumen. Und zwar klickt man jetzt auf die temporären Dateien. So, dann sehen wir nämlich dann, dass viel mehr auftaucht. Die Gesamtauswahl werden zum Beispiel 3,22 GB, obwohl er eben auch 48 MB angezeigt hat. So, die temporäre Windows-Installationsdateien machen zwar jetzt nicht allzu viel aus hier. So, und da sagt dann ja auch die Update-Bereinigung ist mit dabei. Gucken, ob wir die anhaken können. Jo, können wir anhaken, alles klar. So, und dann lasse ich einmal diese Bereinigung laufen, indem ich sage, Dateien jetzt entfernen. Und so werde ich meine ganzen Reste wieder los, die von Windows-Installationen noch übrig geblieben sein können, die eventuell der C-Cleaner, ja, ich sage es mittlerweile richtig, ich sage nicht mehr C-Cleaner, dass der eventuell diese Sache nicht weggeräumt hat, dann hat man die Möglichkeit, das hier mit der Windows-internen Funktion zu machen. Das kann ein Weitchen dauern. Ich empfehle es einfach mal laufen zu lassen, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr mal was esst oder so, inzwischen lasst das mal kurz laufen. Oder wenn man andere Gänge hat, ihr wisst schon, was ich meine, einfach das in der Zwischenzeit mal kurz laufen lassen, dann wird der Rechner wieder mehr Platz anschließend haben. Ja, das war es, was ich in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo wäre ganz toll und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder hier bei mir auf dem Kanal. Die PC-Eck ist raus und bis dahin sage ich erst mal Tschüss.